Dieser Abschnitt ist auch geschafft. Das stimmt, also wirklich die ganze Emotion, was hier so drinsteckt, kommt alles rüber. Also wo man diese Sprache nicht spricht, aber musikalisch, ganz in Bewegung, Gesichtsausdrücke. Uiuiui, Riesen. Ja, es sind auch immer wieder neue Bereiche. Immer wieder was Neues, Schauderhafte Sache ist hier, die Blutflecken. Tote Riesen, ich gehe davon aus, die alle tot sind. Und dann noch erst die musikalische Untermalung. Ja, das ist ein riesiges Schwert, ein riesiger Fuß. Ja, das ist ein Riesensohne. Da müssen wir jetzt... Ja, wir müssen jetzt durch Wasser, was mit Blut gedrängt ist. Und der Gaia will wahrscheinlich dann noch in irgendeinem... Obwohl, der Gaia wird uns nichts tun. Ich habe vorsichtshalber gleich mal die Action-Taste vom Kleinen gedrückt, weil der kann ja nicht schwimmen. Ah, hier wieder, okay. So. So. Und hoch mit dir. Du kannst wahrscheinlich hier... Okay, du musst noch ein Stück mit. Wie lässig die beiden das machen, ne? Ach, hier ist wieder was. Okay. Okay, okay, okay. Das sind jetzt schon heftige Eindrücke. Also du gehst mal hier hin, so. Mal wieder durchs Blut. Wieder durchs Wasser getränkte Blut. Genau, durchs Wasser getränkte Blut. Ich habe mir extra gerade im Kopf so vorgenommen, ist nicht falsch rum zu sagen. Was passiert? Ich sage es genau falsch rum. Ah. Wie ich es liebe, so einen Mist zu labern. Was haben wir jetzt hier? Da unten ist ein Ritual. Seht ihr das da unten? Horror ist ein langes Gerede. Das kann sich doch keiner anhören. Nicht frech werden, Alexa. Ein Blutritual. Ein Ritual des Blutes. Yes. Aber anscheinend muss ich trotzdem da oben was machen, weil hier geht es nicht weiter. Äh, das ist ein Garnas. Ich würde da unten auch irgendwas. Dann war das doch. Oder muss ich einfach hier? Ne. Hier hoch und... Doch, dahinter. Okay, doch hier hinter. Da. Okay. Zusammen. Ne. Ja, alleine auch nicht. Hier irgendwo, hier oben. Da oben war noch was. Kommen wir nochmal da hoch? Nee, da hoch geht es nicht nochmal. Wir müssen den ja irgendwie beiseite schieben. Wer zeigt denn die Richtung? Ja. 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 Ja, sehe ich auch. Irgendwas in der Richtung. Das ist das erste Mal, dass ich da wirklich direkt erstmal wie einen Hänger habe. Aber hier kann man ja schön hochklettern. Hinten lang. Ich denke mal, hier ist es nur wegen dem Ritual, dass man hierher kann. Ich weiß nicht, ob von hier aus noch irgendetwas, was man machen kann. Hinten lang. Die müssen hier eigentlich wahrscheinlich nur das Bein anheben, oder? Aber die schaffen es so ja nicht. Oder sagen, die gehen einfach hier vorne lang und klettern drüber. Ich denke ja auch mal, es könnte auch was ganz Brutales sein, diese Axt zu Fall zu bringen. Aber wie komme ich hier hoch? Drüber balancieren, ne? Ach, jetzt habe ich was. Ja, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich eine Idee. So kommt man hierher und dann kann man hier das drehen und die Axt haut dem wahrscheinlich jetzt das Bein ab, ne? Oder? Das denke ich jetzt einfach mal so. Also, dass das Spiel so heftig ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber verdammt gut gemacht. Ah ja, nochmal was zum Hinsetzen. Das schauen wir uns an. Ja, hier sieht man auch nochmal das Ritual. Das wir schon gesehen haben. Ja, ihr merkt es nicht mehr, aber trotzdem ist es schon heftig. So, hier geht es mal wieder weiter zum Balancieren. So, du kommst mit. Ah, ich muss aber hier hoch, ne? Und dann müssen wir die Armbrust auslösen. So, du machst mit. Anziehen. Spannen, 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 spannen. Und... Schuss. Oh. Ja, wir müssen hier irgendwie da lang, ne? Ist da rüber oder können wir auch hier lang? Geht es auch nochmal lang? Was sind das hier? Kannst du auch? Nö, der hat nicht genug Kraft. Der hat nicht genug Kraft. So, jetzt geht es wieder zurück. Gehen wir runter und dann werden wir wahrscheinlich davon einfach drüberspringen. Kommen wir näher und hören sie schon. Oh, jetzt ist er mal ganz rot. Gut. Ja. Komplett in Blut gedrängt. Wir klopfen einfach mal dran. So, jetzt können wir weiter hier unten. Jetzt kann man es ja waschen, ne? Und... Platsch. Jetzt sind wir ganz nah dran. Die heilige Jungfrau. Ja, da unten kriegt das nicht mit. Dass hier oben gerade zwei lang laufen. Irgendwas müssen wir sicherlich hier machen, ne? Kameradrehen. Muss man sehen, ob wir hinlaufen. Und wir laufen einfach was runter. Können hier in die Treppe durchlaufen. Jetzt... Wir würden uns doch ein bisschen rangehen, oder? Ja. 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 Okay. Kann man dem hier was machen? Ah. Ja. 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 Ich bin der heilige Bim Bam. Ich bin der heilige Bim Bam. Oh je, Mann, lassen die sich einfach veräppeln. Wir sind sowas wieder blutgetränkt, ne? Ach, deswegen, man hätte eigentlich nicht abgewaschen sein dürfen anscheinend, ne? So, jetzt laufen wir da einfach mal hinterher. So, der hier runter. Daher. Okay, wir sollen das Boot nehmen. Wir sollen also das Boot nehmen. Oh, so. So. Ähm... Nee. Okay, so. Rudelt der nach vorn. Und der auch. Nee, falsch. Der rudelt jetzt. Dann geht das hier rum. Oh, wir sind ja sicherlich noch weiter, ne? Jetzt würden wir beide wieder. So. Erstmal nur der, dann wird man hier nach links kommen. Jetzt kannst du wieder ein bisschen mit dazu kurz. So. Und jetzt. Jetzt sitzt du da gerade. Sehr schön. Jetzt ist mit dem mal ein bisschen weg. Oh, wir sind da unten. Was ist denn da im Wasser? Kommen wir jetzt einfach hier so durch? Wahrscheinlich, ne? Ah, jetzt wird sich gleich zeigen, was da im Wasser ist. Das ist bestimmt noch nicht so ungefährlich, ne? Ähm... Zwei. Oh, oh, ah. Ah. Das ist doof. Wir hängen jetzt gerade ein bisschen. Komm, hier raus wieder. Drehen wir ein bisschen. So. Hier lang. Gein schön viel Schwung. Aber ich glaube, hier drinnen sind sie erstmal nicht mehr, ne? Hoffe ich. Ja, aber hier draußen sind sie wahrscheinlich wieder. Hat er uns ganz schön erwischt. Ich habe diesmal einfach mal Kommando zurückgenommen. Soll doch ein bisschen zurückgerudert sind. Äh, ungünstig. Ah, da kommen wir genau dort. Die werden jetzt anscheinend auch mehr. Und aggressiver. So. So. Wer ist da drüben? Das kann mich erstmal nicht interessieren. Das braucht mich nicht interessieren. Komm mit, die kommt. Zurück, 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 zurück. Zurück. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich will es auch nicht probieren müssen. Das ist doch hinten durch, ne? Anscheinend. Hier so, hier so rein und dann mal absteigen. Genau. Ja, genau. Lass die Frau ziehen. Oh, das ist ja. Bo provides, wie geht's da drüb. Das liegt ämutter. Alles.